Und dieser Prachtkerl hier, man sieht im Moment leider seinen Kopf nicht, das ist der Gandalf, der seine Nase ganz ganz tief im Moment ins grüne Gras steckt. Ja, er lebt hier bei der Alikia leider an der Laufleine, weil er nicht mit allen Rüden verträglich ist und in dem großen Rudel befinden sich eben auch der ein oder andere, den er nicht so mag. Umso schöner wäre es, wenn der Gandalf endlich seine Familie finden würde, wo er sich frei bewegen darf. Ja, er ist wirklich ein prächtiger Bursche, ein wunderschöner Kerl, der sich ganz toll entwickelt hat. Er kam ja in ziemlich schlimmen Zustand hier an. Ja, er ist im Februar 2018 geboren. Das heißt, er ist jetzt fünf Jahre jung, im besten Hundealter sozusagen und ist ein ganz ganz lieber Kerl, was jetzt eben seine seine Beziehung zu Menschen angeht oder auch zu Hündinnen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn er endlich seine eigenen Menschen finden würde, der Gandalf. Und jetzt sehen wir auch mal seinen wunderschönen Kopf. Also meldet euch für Gandalf bei Tierfreunde Griechenland. Und dann sehen wir uns wieder an. Vielen Dank.